Untertitelung. BR 2018 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 It's so good to be back. Thank you so much, everybody. So, did you like the movie? I really loved the movie. Good, good. Really, I just want to say it's so good to be back in Munich. Thank you so much, everybody, for being here. This is a very special screening for the film. Thank you to everyone involved with Young Wings tonight. It's really a special that you're here. And hopefully I get to talk to a few of you and see what you really thought of the movie. It would mean a lot to me. So, so, so excited. And I'm just glad I got to bring it here and be with you all tonight. Thank you very much. And do you like the video? Ja, absolut. Wir hatten ein tolles Dinner für euch. Ich liebe die Stadt. Es ist absolut schön. Silvia hat wirklich starke Nächte verpackt, um hier alles auf die Weide zu stellen. Normalerweise ist es ja so, dass die Männer das Leben bisher schwerer machen, ab und zu zumindest. Diese beiden Männer haben es geschafft, dass es leichter wird. Bitte auch auf die Bühne Harald Schmidt von der Führkoper 1 war und der Chefkoperative der Kurtschein. So, Herr Schein, herzlich willkommen. Schön, dass alles so toll geklappt hat. Wie viel Geld ist denn zusammengekommen? Jetzt müssen wir wissen, how much money we have all together. 10.000 Euro. Das ist 10.000 Euro. So was warum? Vielen Dank an Sie. Vielen Dank an Sie. Vielen Dank. All the colleagues here and you have a brilliant movie. Thanks a lot. Thank you to everybody. Thank you so much. This is amazing. Unreal. You know, there is a wonderful Vorbestart. This is a special Oktoberfestart just for you. Thank you. So. Now we brauchen noch paar Hülchen. So schnell. I'm going to try and eat this in the cards. So, meine Damen und Herren, und während Sie jetzt noch Fotos machen, darf ich mich schonmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen für Ihre Unterstützung. Ich hoffe, Sie hatten ganz viel Spaß. Draußen steht noch eine Box und da können Sie, wenn Sie denn möchten und sagen, das ist ein toller Job oder eine tolle Sache, die die machen, Young Wings, können Sie gerne noch Geld einwerten. Wenn Sie noch etwas übrig haben, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns sehr und ansonsten darf ich mich verabschieden. Einige von Ihnen sehe ich jetzt gleich noch eine kleine Zeit bei der 8. Showparty und ansonsten einen wunderschönen Abend. Machen Sie es gut. Bis bald. Thank you everybody. Hallo. Hallo. Vielen Dank.